Auf die Runde Energie für den Sport, das gilt jetzt für den Lauf Nummer 4, 1000 Meter, auch hier wieder U18, U20 und Männer mit dem Rennen. Auf die Runde Energie für den Sport. 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 Ja, das ist Philipp Haller nach wie vor in Führung. Und jetzt bräuchte er die Alpgold-Energie für den Sport, denn da rückt ihn einer mächtig auf die Pelle mit langem Schritt. Und jetzt bräuchte er die Alpgold-Energie für den Sport.